Ich möchte dir gerne ein Gefühl dafür geben, was dich auf meinen Seminaren erwartet und erkläre dir das mal kurz. Also ich gebe die Seminare in Baden-Baden. Baden-Baden ist ein wunderschöner Ort mit ganz, ganz besonderer Schwingung, es ist eine ganz weiche Frequenz dort. Und es gibt dort heiße Thermen, also manche meiner Klienten gehen auch nach den Seminaren ganz gerne noch schwimmen. Empfehle ich sehr, es ist wirklich ein Ort, an dem du dich sehr wohl fühlst. Und man kann auch viele Übungen in der Natur machen, weil da so ein wunderschöner Park ist. Das machen wir dann auch immer. Also du würdest dich da sehr, sehr wohl fühlen an diesem Ort. Und ich mache kleine Seminare zwischen 10 und 20 Personen, also sehr heimelig alles die Atmosphäre in einem wunderschönen Yoga-Zentrum. Und es ist so, dass wir in der Gruppe dann eben Therapie machen oder heilen. Ich arbeite mit einer Technik, die ich von der geistigen Welt beigebracht bekommen habe. Das ist so etwas Ähnliches wie eine Aufstellung. Aber ich arbeite eigentlich quasi mehr mit so Feldern, die ich öffne. Ich bin dann die ganze Zeit im Kanal und angebunden und schaue dann, was ist der tiefste Punkt, den du für deine Heilung brauchst. Frag permanent ab an deiner Seele und die geistige Welt und baue das dann quasi auf. Aber es ist dann nicht nur für dich in dem Moment, wenn du als Hauptperson im Zentrum stehst, sondern ich arbeite dann mit einer Technik, in der ich die ganzen Probleme in der ganzen Gruppe aus der Wirbelsäule rausziehe. Das heißt, jede Technik, jedes Mal, wenn eine Aufstellung passiert, ist für die ganze Gruppe pure Heilung. Und zwischen diesen Übungsebenen, zwischen den Frequenzen, mache ich dann ganz, ganz tiefe Meditationen von der geistigen Welt. Ich channel manchmal die geistige Welt. Es kommt darauf an, was die Gruppe braucht. Und das ist auch wirklich jedes Mal in jedem Seminar was anderes, weil das natürlich eins zu eins durchläuft von der geistigen Welt. Und meine Seminarteilnehmer, die geben als Feedback, dass das wirklich sehr, sehr heilsam ist, diese Frequenzen, die durchlaufen. Ich gebe dann auch, abhängig von Seminaren, auch Techniken, die du dann im täglichen Leben anwenden kannst. Auflösungsarbeiten, die du selber danach zu Hause machen kannst. Und das ist dann eben so quasi dieses Rundpaket. Also wir sind eine gemeinsame Gruppe, die dann auch zusammen Mittag isst. Und es ist wunderschön. Also es ist wirklich, muss ich sagen, so ein Zwei-Tage-Seminar, an dem sich einfach das Herz öffnet. Es ist immer Samstag und Sonntag und es ist einfach nur pure Freude. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn dich meine Seminare interessieren. Dann kannst du dir das auch nochmal auf der Homepage anschauen, welche Seminare ich anbiete. Und ab 2021 gebe ich dann auch eine Ausbildung zur Heiler oder Heilerin. Und das sind dann acht Monate, also eine größere Zeitfrequenz. Und wenn dich das interessiert, dann kannst du auch sehr gerne auf der Homepage nachlesen, was dich da erwarten würde. Es würde mich sehr freuen, wenn wir uns persönlich kennenlernen. Bis ganz bald.